Die Gesamtbevölkerung Afrikas beläuft sich auf etwas mehr als eine Milliarde Menschen und laut Weltbank mussten 2007 390 Millionen Menschen in den Staaten südlich der Sahara mit weniger als einem Dollar 25 pro Tag auskommen. Von den 52 Staaten Afrikas gehören 33 zu den von den Vereinten Nationen als am wenigsten entwickelt eingestuften Länder. Für diese dauerhafte Unterentwicklung gibt es zahlreiche Gründe. Geschichtliche wie die Sklaverei und die Kolonialisierung, klimatische, eine rasant wachsende Bevölkerung, Epidemien wie HIV bzw. AIDS und Malaria, die Ausbildung der Lehrer, schlechte Regierungsführung und Korruption und die Bedingungen auf den Weltmärkten, die den Export gewisser Produkte erschweren. All diese Elemente tragen dazu bei, dass der Kontinent nicht an der Globalisierung teilhat. Koronialisierung